Anlässlich des Tag der Kunst zeigen wir dir heute eine kleine Auswahl der Kunst- und Dekoabteilung bei Porter. Von eindrucksvollen Wandbildern über stylische Uhren bis hin zu dreidimensionalen Wandschildern ist für jeden etwas dabei. In unserem Ratgeber zum Thema Wall Decoration verraten wir dir Tipps und Tricks, wie du deine Wände zu Hause optimal gestalten kannst. Schau dort doch gerne mal vorbei!